Wahnsinn, bildgewaltig inszeniert. Hallo meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte und herzlich willkommen zu meiner Kurzkritik von Joker, vom großartigen Brian Azzarello. In diesem Band geht es um den Pinguin? Nein, um den Joker natürlich. Und wir erleben hier einen Joker, der gerade entlassen wurde aus Arkham Asylum und der zusammen mit einem seinem Henchman, der hier die Geschichte auch erzählt, durch Gotham City reist und schaut, was die anderen Oberschurken so getrieben haben und versucht jetzt hier wieder Fuß zu fassen. Und das Ganze ist so eine Art Charakterstudie halt vom Joker. Ihr seht, optisch orientiert sich das ganz stark an den Heath Ledger Joker. Aber das ist ja nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Das ist eine harte Geschichte, eine brutale Geschichte, eine düstere, in der halt Batman keine Rolle spielt und es geht tatsächlich um den Joker und die anderen Oberschurken und so weiter. Ja, also mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Für mich ist das ein absolutes Must-Read für alle DC-Fans, alle Batman-Fans und vor allem Joker-Fans. Wie kann man nicht ein Fan vom Joker sein? Also wer das noch nicht hat, solltet ihr es unbedingt holen. Es ist wirklich grandios. Die Zeichnung habt ihr ja gerade gesehen, auch wirklich sehr gelungen. Sehr schön, schöner Stil. Ein Sättig die Farben, häufig ein bisschen düsterer, so wie das sein muss. Und so kennen wir unseren Joker so lieben wir. Okay, falls ihr Spaß an dieser Review habt, lasst doch bitte ein Like da und falls ihr noch weitere Reviews von mir hören wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal.